Die Natur Das Leben in seiner schier unendlichen Vielfalt erschließt sich dem Betrachter nirgendwo deutlicher als hier. In der Natur findet man den Ursprung, die Essenz dessen, was wir den Kreislauf des Lebens nennen. Ein perfekt abgestimmtes System, das uns Antworten geben kann, wenn die Fragen unsere Gesundheit betreffen. Ein Unternehmen, das bereits seit über 60 Jahren dieser Philosophie folgt, ist die Dr. Niedermeier Pharma GmbH. Dr. Niedermeier Pharma Gründer des Unternehmens ist Dr. Hans Niedermeier. Der Apotheker und Lebensmitteltechniker rief im Jahre 1939 die Dr. Niedermeier Pharma GmbH als pharmazeutische Fabrik ins Leben. Hans Niedermeier hatte zu dieser Zeit die Idee und Vision, sich mit der Gesundheit auf natürliche Weise, speziell seiner Philosophie Heilung durch Selbstheilung zu befassen. Mit der Erforschung der Heilpflanzen, ihren natürlichen Wirkstoffen und deren regulierende Wirkung auf die menschliche Physis entwickelte Dr. Niedermeier die ersten Produkte für die Dr. Niedermeier Pharma GmbH. 1950 wird mit dem Klassiker Galama ein Grundstein für Wachstum und Erfolg der Dr. Niedermeier Pharma gelegt. Eine weitere eigene Präparatelinie wie Sirmia wird entwickelt und setzt sich auf den Naturheilmarkt durch. Als Resultat auf die gestiegenen Ansprüche des Marktes und den qualitativen Standards bei der Herstellung von naturbasierenden Präparaten begegnet Dr. Hans Niedermeier zu Beginn der 70er Jahre empirischen Untersuchungen zur Tiefenwirkung von Fermenten in der Naturheilkunde. Eine neue zukunftsorientierte Perspektive, die das Traditionsunternehmen nach Forschung und Entwicklung im eigenen Labor vorantreibt. Mit den regulaten Premiumprodukt Rechtsregulat, hergestellt nach dem Patent der Kaskadenfermentation, gelingt es der Dr. Niedermeier Pharma innerhalb kurzer Zeit, eine neue Dimension im Bereich der fermentativen Produkte zu erobern. Aber was ist eigentlich Kaskadenfermentation? Das ist eine gezielte Anreicherung von Abbauprodukten, die ursprünglich in den normalen Lebensmitteln enthalten sind und gleichzeitig eine Anreicherung von bestimmten Bausteinen. Und wir wissen heute, dass diese Bausteine besonders gesundheitsfördernde Eigenschaften haben. Das Wirkprinzip der Kaskadenfermentation nach Dr. Niedermeier Pharma. Frische Zutaten aus kontrolliertem Bioanbau werden in einem ausgewogenen Verhältnis auf die notwendigen Ernährungsbedürfnisse des menschlichen Organismus abgestimmt. Das Wirkprinzip der Kaskadenfermentation nach Dr. Niedermeier Pharma setzt sich aus folgenden Herstellungsprozessen zusammen. Zu Beginn werden die frischen Zutaten in einer bestimmten Reihenfolge zerkleinert und in einen Gärtank, einen sogenannten Fermenter, gefüllt. Im zweiten Schritt werden dem Gemisch Mikroorganismen hinzugefügt, die rechtsdrehende Milchsäure erzeugen. Nach circa zwei Tagen beginnt dann die erste Fermentation. Im dritten Schritt erfolgt nach circa drei Wochen die erste Teilfiltrierung. Diese wird erneut zur Fermentation angesetzt, unter Zugabe anderer Laktobacillen, die rechtsdrehende Milchsäure erzeugen. Nach diesem Prinzip folgen weitere Fermentationsstufen. Auf diese Art und Weise wird eine immer feinere Aufschließung der Inhalte erzielt. Letztendlich liegen nach dem Zusammenbringen aller Fermentationsfraktionen sowie einer endgültigen Reinigung die Zutaten in einer einzigartigen Aufspaltung vor. Es haben sich kurzkettige Peptide sowie einzelne Aminosäuren gebildet, die unser Körper sofort aufnimmt und für eigene Zwecke verwerten kann. Fazit Das bedeutet, Kaskadenfermentierte Regulate haben eine außergewöhnliche Bioverfügbarkeit dank der biochemischen Reaktionsfähigkeit und des hohen Schwingungspotenzials. Das bedeutet, Regulation des Stoffwechsels und des enzymatischen Geschehens, Revitalisierung, Immunstimulierung und Entgiftung. Verantwortlich dafür ist die dynamisierende Gärungsformel, die eine Informationsübertragung von Teilfermentation zu Teilfermentation impliziert. Ähnlich wie in der Homöopathie, nur mit dem Unterschied, dass nicht verdünnt wird. Durch das spezielle und schonende Herstellungsverfahren kann auf die Verwendung von Konservierungsstoffen, chemischen Zusätzen und Alkohol verzichtet werden. Für dieses Herstellungsverfahren der Kaskadenfermentation wurde am 17. November 2004 die Patentschrift vom Europäischen Patentamt erteilt. Die Dr. Niedermeier Pharma GmbH entwickelt, produziert und vertreibt heute ein in sich abgestimmtes Programm, bestehend aus dem Nahrungsergänzungsbereich und freiverkäuflichen Arzneimitteln. Hinzu kommt die sogenannte Lohnherstellung. Dr. Niedermeier Pharma produziert und stellt in Deutschland her. Man fühlt sich dem Standort der Heimat verpflichtet. Das Traditionsunternehmen wird heute in zweiter Generation geleitet von Cordula Niedermeier-Mai. Die Tochter des Gründers, Apothekerin und Herstellungsleiterin, führt die Philosophie ihres Vaters weiter. Die Vision und Idee meines Vaters führe ich in seinem Geiste weiter und bekenne mich dazu. Das Thema Gesundheit hat mich im Grunde mein ganzes Leben begleitet und auch bestimmt. Trotz modernster medizinischer Innovationen kann kausale, das heißt wahre Heilung, nur durch das Einleiten der Selbstheilungskräfte erfolgen. Das habe ich gelernt und erfahre es täglich neu beim Kontakt mit unseren Patienten. Qualitätssicherung ist ein Muss. So verfügt das Unternehmen selbst über eine eigene Forschungsabteilung, um den hohen Standard der Produktzusammensetzung jederzeit gewährleisten zu können. Parallel gibt die Dr. Niedermeier Pharma regelmäßig Studien in Auftrag und holt sich Rat bei unabhängigen Instituten. Ich bin eigentlich überrascht, dass eine kleinere oder mittelständische Firma so tief in die Grundlagenforschung einsteigt. Denn meistens wollen Firmen ja auf die Schnelle nur wissen, dass ihr Präparat gut ist. Die Niedermeier Pharma, soweit wir eben Kontakt mit dieser kleinen Firma hatten, war immer positiv eingestellt, auch wenn wir zu manchen Sachen skeptisch waren und gesagt haben, na, da wird wohl nichts rauskommen. Und dann waren wir doch eigentlich immer positiv überrascht. Die Qualität der Produkte beruht nicht zuletzt auch auf dem kritischen Auge von Cordula Niedermeier-Mai selbst. Vom Wareneinkauf bis zur Stichprobenentnahme lässt es sich die Geschäftsführerin nicht nehmen, selbst Hand anzulegen. Die Gesundheit der Menschen zu bewahren bzw. wiederzuerlangen, das ist mein ganz persönlicher Auftrag. Diesen folgen wir professionell mit traditionellen Föterarzneimitteln, fermentativen Regulaten und Diätetikers, die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen konzipiert sind und deren Grundlagen den Regeln der Natur entsprechen. Die Philosophie des Gründers, Gesundheit auf natürliche Weise, ist nach wie vor Programm bei Dr. Niedermeier Pharma. Sämtliche Produkte sind frei von künstlichen Aromen oder Konservierungsstoffen. Hergestellt ohne Chemie, Gelatine oder Gentechnik. Das garantiert das staatlich geprüfte Biosiegel. Ein guter Ruf macht sich bezahlt. Obwohl die Dr. Niedermeier Pharma ein traditionell deutsches Unternehmen ist, bewegt sich der Vertrieb der Produkte auf internationaler Ebene. Kunden aus aller Welt arbeiten mit der Firma zusammen und dank des breiten Angebotsspektrums und der hohen Qualität nimmt die Zahl der zufriedenen Geschäftspartner ständig zu. Mit der Firma Dr. Niedermeier Pharma arbeiten wir seit Jahren gerne zusammen. Mit dieser Firma haben wir einen zuverlässigen Partner, der eine vielseitige, in sich abgestimmte Produktpalette anbietet. Kollegen haben mir sehr positiv über die Wirkungen der Niedermeier Pharma Präparate berichtet. Und dass zum Beispiel bei Patienten, die besondere Beschwerden hatten, die sehr langwierig zu behandeln waren, durch die zusätzliche Gabe der Niedermeier Pharma Produkte die Beschwerden sich dann doch schneller gebessert haben. Ich muss sagen, ich finde es sehr gut, dass jemand das an die Hand nimmt. In diesem Fall ist es Dr. Niedermeier Pharma, die eben einen anderen Ansatz geht, nicht nur das Chemische sieht, sondern wir wollen ein Produkt haben, das den Therapeuten, dem Chirurgen in meinem Fall, an die Hand gegeben wird, um weiteres Unterstützendes zu machen. Aus meiner Warte sicher ein sehr positiver Ansatz. Besonderen Wert legt die Dr. Niedermeier Pharma auf den Dialog mit dem Endverbraucher. Ein eigenes Callcenter steht für Rückfragen jeglicher Art zur Verfügung und falls zusätzlich Fragen oder Unsicherheiten bei der Anwendung auftreten, hilft die medizinische Beratung weiter. Freundlich, fachkundig und kompetent. Gesundheit auf natürliche Weise ist der Leitspruch, dem sich die Dr. Niedermeier Pharma seit über 60 Jahren verpflichtet fühlt. Gesundheit, die auf der Erfahrung von Millionen von Jahren beruht. Denn in der Natur ist der Ursprung. In der Natur steckt das Leben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,